Und einen recht schönen guten Tag zu einer weiteren Folge Borussia Mönchengladbach Karriere Season 2 Guck mal, Berater von Neuer spricht über die Zukunftspläne. Nächst mal. Gut, mach mal, mach mal, L3. Aha, haben wir uns nicht schon. Ey, guck's hier mal an. 92, 92, 90, 89, 88, 87. Der hat alles. Das ist irgendwie schon zu krank. Okay, ich habe mich darüber zu, äh, Leverkusen, Masch, gehen. Sie fällt mir eigentlich nicht so. Bin ich bis in Kauten, wenn man das macht, wurde. Das ist schon sehr enttäuschend. Aber soll man machen? Da. Da. Gegen Salz. Da ist in die Wand zu. Weißer Ramon, das Kopfverstand ist der Zerzschießen. Guckst ihr an, ne? Jetzt kommt noch eine Flamme, jetzt kommt. Ich werde sie mit dem Aufruf aufwärts. 供est. Das ist wichtig. Das ist wichtig. So. Das ist wichtig. die in der Liga und in der Hand die Bänder auflauflauflauf Nein, die haben uns spitz. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Es geht nicht so. Das ist nicht so. uns schlitz und 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 das Mann ihr zweiter abwärts 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 und bei Klinik ich wollte die Betracht die und die 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 neue Köpfen. Das hab ich schon wieder vollkontrohlt. Boah, wie ein neuer Schuhlo. Das ist zwar neuer. Die Kopfball. Mutschein. Äh. Die Kopfball. Schwörerschein. Abschuldigung. Der Neb. Ja. Oh, rote Karte. Der im NDR, der im NDR ist die Räume. muss doch gut zweier nicht mehr zu Waffen durch holten. Und Carlos muss die Faustabwehr machen dabei. Du willst gerade nach vorne rennen. Man sieht viel dabei. Ganz einfach locker. So wurde er. Aber wer schießt jetzt wen an? Oh, kam der zu stark. Der ist einfach zu stark. No, 3 Ammann Kuh das ist die über triggi man wollte ich bin ein schweißer mit der flange die karte aus ich bin deckung spiel spiel achim Sech. Sehr gut. Boah, vielleicht schaut er den Ball. Ich auch nicht. Der stand doch schon im Haus. Ganz richtig. Wie es ging. Die hat echt nicht wahr drin. Das ist toll. Ramos, mach was. Ben Ali. Zabeta. Zabeta geht echt gut. Ja, wartet. Ja, rot. Rot. Geht. Doppel-Lost. 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 Das kann nicht sein. Der war ja geschossen. Aber, ne? Das kann ich nicht sagen. Wir können es nicht mal hildigen, ne? Keine Fehler. Keine Fehler. Keine Fehler. So macht man das. Stark. Das ist der Mann. Jetzt. Das ist das so ich habe nicht ganz der wieser das ist ein wenig es ist Ramos der Ball nicht da perfekt Ramos ist schon der brutale Stürmer deutsch du warst der letzte da hätten wir schon mal den Stürmer weg jetzt haben wir schon mal mehr auf Platz ich muss dir denken wie wir es doch machen der Stürmer bringt den Ramos auf Platz weg von Platz das ist es ist es hat noch mal es ist wir greifen nicht schon zu zweit an und das muss ich immer noch nicht Töchel ist davon ich bin zu klopfen Ramos wir lassen da Herrmann spielt Herrmann hat der 91 der muss ein bisschen loben jetzt er macht jetzt die Stürmerrolle die jemand nie gespielt hat in seinem Game das schmeckt das geht doch auch nicht jetzt müssen wir noch jemanden machen aber dann kann ich alles machen er hat doch dann bei 91 er hat doch dann bei 91 er hat doch nur du bleib mal ganz entspannt ey das kann nicht sein einfach so zu bleiben falsch ich bin der soll die im Schatten mit vor der Abwehr aus dem sicher ich darf noch nicht so schnell doch da haben wir auch noch mit dem Raum bei ihm auch aus die Städte habe ich noch nicht das ist eine Flanke und das ist ein Tor von sich mit dem linken Fuß nach einem Karius Deine Hand muss so sein das kann bei mir dann war es auch so schuld weil er die rote Karte sich gegeben hat darf nicht sein dass er eine rote Karte in so einem sinnlosen Zweikampf aber naja er wollte so haben er hat nachgetreten er hat zu verdient bekommen ich weiß man wenn plant plant eine Flanke in einem Lüftverwein interessant wenn da nicht mein Spieler eine ansatzweise überpinnen kann die Städte dann mal kommt es mit der Fall die Karte was sollt das auch werden die Städte Nö, wieso sollte man ja auch. Wie sind wir bloß nicht auf dem Ort? Wir sind nicht hingekommen. Wieso soll ich jetzt nicht auf einmal sein? Weil du, ich bin doch wohl. Wo nicht gelaufen sind. Ich kann nicht wechseln. Ich hab nicht mehr wechseln. Ich hab nicht. 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 Er war ja bei mir Sam. Komm, mach ein Tor. Mach ein Tor, lieber. Ich hab keine Hand. Ich hab keine Hand. Jetzt ist doch auch was ja. Was nicht. Was ja gefahren ist. Wann warum? Wann? Wann? Noch ne Rote? Oder? Le, die. Gut. Dankeschön. und und dort hat uns auch wieder sagt der Mann bis die Fülle Scheide schwein und und das auch jetzt hat er auch eine rote Karte zwei Spieler fehlen eiskalt interessant wer da spielen soll aber das aber wird schon sich kümmern um die Personalie die Schönen aus dem Club aus dem Feld Club warum darf Karte sich mal nicht einmal nehmen auch Schiri weil er schädigte so gefällig Schöster ja wir haben niemanden wir brauchen die Bereich ja schnell versuch zu sein das ist nicht seine Hand oder? der gibt keinen Pass der kann nicht aufpassen der passt jeder Scheiß ist hier ein Faul jeder Scheiß ein Mann Mauer oder was? so jetzt kommt die Offensivkraft Achtung so jetzt kommt das Tor wenigstens der 2 1 zu 2 dabei ja und jetzt ja oh Abseits nee Kürzelt wurde das Faul ok die hat er in die hat er und er erut du hart rot Zwei Rundgarten, zwei hast du verursacht und irgendwie hast du es geschafft, dass die beide runterfliehen. Es sind halt schlechte Leute, die müssen runter. Nein, nimm nicht. Doch. Ja, aber nicht. Aber ja. Oh nee, das ist schon schrecklich. Das ist jetzt ein Pokal und zwei Leute, der wenige auf Platz. Wie so die ganze Zeit auch drin? Nämlich. Ramos hat rot. Ja, hallo. Wie soll die rot? Das ist für die Bundesliga-Rundgarten. Ja, aber trotzdem hat die rot. Die... 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 Das letzte Spielsgeschichte hat einen Spielsperre hat er. Eine Spielsperre, keine Bundesliga-Sperre. Was war ein Spielsperre, Reißbüller? Die... Die... Ich kann sagen, dass... Gut, Ramos spielt Sturm. Ramos spielt Sturm in der nächsten Folge, meine Freunde. er eine Verlust Sorge Hermann wurde spiel links haben die Mannen die Händler Prozent Pokal kommt Hektar wieder Muroni Das kommt geil dann Ja meine Freunde, ich bedanke mich für euch, ich hätte auch Ich hoffe wir sehen uns im nächsten Mal wieder von FIFA 60 Bis dahin Ciao Ciao Ciao